ja hallo zusammen der chris wieder am start outlast 2 geht weiter ja wenn ihr die letzte folge gesehen hat wisst ihr was los ist eine batterie am start in diesem camp hier diese verseuchten freaks typen was auch immer und wie so oft hat man natürlich jetzt kein plan wo es jetzt weiter geht das heißt wir werden jetzt mal spontan besuchen an den jungs hier vorbei zu schleichen obwohl schleichen ist auch nicht viel drin weil ich versuch mal hier außen rum zu gehen aber da ist der baum da komme ich nicht durch doch kommen durch ok hier rüber er läuft er läuft er läuft lauf 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 so tür zu tür zu sehr schön so hier hinten ist ja die batterie und damit sollten wir jetzt sehr sparsam sein hier haben wir noch ein verband ok ist voll wo kommt denn der her scheiße na komm sag mal die tür war doch zu von der buche hängen die oben an der decke oder was was war denn das jetzt wieder ok ist nix nix ich brauch die batterie ich hänge mal wieder fest wisse was ich geh jetzt rein hol die batterie hau wieder ab ich komm ich renne zurück weiter 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 hier rüber hier hoch so jetzt was 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 ist eine z okay okay muss ich da runter ich muss da runter Ja, ich kann mich hier runter. Yes. Okay, ich muss da hoch. Okay, okay, also komm auf. Schön der leckeren Blutspur in Langsau. Und jetzt? Hey, bleib doch oben. Okay, hier lang. Hier lang und da oben weiter. Okay. Was? Fuck! Fuck! Okay. Batterie? Nee, nichts. Warte! Ich muss hier weg, Leute. Obwohl, da hinten dran auch noch Licht. Oh Gott! Oh, f*** mich! Wir haben diesen Gold, Christ! Oh Gott! Oh Gott! Mir geht sowas von der Kackstift, Leute. Oh Gott! 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 Mann, wenn ich jetzt wüsste, ob es da hinten rechts halt weitergeht. Ich meine, ich vermute es mal. Okay, wenn er jetzt wieder zurückläuft. Oh Gott! Versuche ich... ...ein vorbei zu rennen. Alter, ich weiß nicht wohin, Leute. Ich weiß es nicht. Ich hab keinen Plan. Ich seh wieder nur... Was? Ach, natürlich. Ich lauf' dem Arm noch in die Hände rein. Leck mich! Komm, hau' den Verband um... ...um den Arm und weiter geht's. Los! Wo lang? Oh, ist das heftig, ey. Hier durch, hier durch, hier durch! Komm, 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 komm! Ja, komm! Was?! Äh... 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 This way, Blink. Jess! Come back! Who... Jane! Oh, what was that? We're not alone. Oh, my... Ja, Doom, leck mich am Rüffel. Wie geil ist das denn? Ach nööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö doch so der Raum ist clean was auch raus hier hinten brauchen wir auch nicht mehr rein da brauchen wir auch nicht mehr rein hier war ja nichts nein wer war das ok da ist die Tür auf ok was zum Teufel ist das wieder how the fuck do I get out of here okay Don't go. War das die kleine Jessica, ne? Okay, PC ist aus, keine Batterie, soll ich jetzt jede Tür untersuchen, aber hier ist ja nichts und ich muss echt eine Batterie für mein Nachtsichtgerät sparen, ne? Komm raus hier. Oh, be careful, little Hans, what you do? Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Alter, wie krank seid ihr? Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Und wir werden diese Bremsehebende Erde gehören. Wir haben alles vorbereitet. Alles ist bereit für dich. Was? Nicht das! Bitte! Wo ist dein Geist? Du solltest du ein Geist für uns haben. Um uns zu retten. Der Geist nach dem Ende. Geist? Die Wahrheit. Deine Geist. Wir haben lange Zeit auf dich erwartet. Na gut, Nick. Ich glaube, wir sollten die Bremsehebende in die Bremsehebende. Wait! 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 Gah! 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 Das war nicht so schlecht, war es? Gah! Gahre? Ich bin... ... man kram! Gahre! Institut Anei. Wie kann ich nicht sehen, dass ein modernes Christus eine Kamera benutze, nicht ein Buch? Das ist unser Geist. Wie kann ich nicht wissen? Herr, bitte verabschiede mich für dich. Es gibt keine Krankheit, die ich nicht behaupte. Ich bin, Herr, festering die Moon. Ich muss seine Lehren studieren. Drive den anderen Nail in, und schau sie auf. Nein! 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 Ich brauche Urlaub. Ich brauche echt Urlaub. Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, Gott! Okay, ich muss stoppen. Ich muss...